Moin Leute, was geht? Hier ist wieder YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Yo, ich habe mir mal eine andere Kamera gekauft, mit mehr Megapixel und yo, ich hoffe es passt, ein bisschen hell eingestellt, aber ich denke mal, das kann man alles noch ein bisschen korrigieren, denke ich mal. So, ich mache dieses Video, weil ich mich bedanken will. Also, bedanken erstmal an meine Abonnenten, an meine Freunde, an meine Fans und ja, ich sage einfach mal Danke Leute, ohne euch wäre ich niemals so groß gekommen, Alter. Ja, man, über 30 Abonnenten, das ist natürlich schon eine Leistung, man. Jetzt kann ich natürlich ein paar Abonnenten nennen, zum Beispiel Buri, Sarial oder PS3 Business Germany. Ja, wer ist denn noch mein Abonnent? Ach, ich habe so viele Abonnenten, ich will jetzt nicht alle aufzählen, Digga. Sonst kriege ich keine Luft mehr, Digga. Heute ist ja mein 8. Januar, äh, mein 20. Geburtstag, Digga, oh je. Heute ist mein 20. Geburtstag, Leute. Ja, es wäre 20. Ah ja, jetzt sieht man wenigstens das ganze Bild, Digga, hier. Oh, perfect. Ja, so werden die Videos auf jeden Fall wieder hochgeladen, Digga. Also, Leute, äh, ey, Leute, meine Waffe, die Elsa hat angepasste Version und das Kampfmesser, Digga. So, rein da, Digga, Tür auf. Oh, was ist denn das für ein Ding? Das sind diese Roboter-Greifarme da, oh je. Hier wird irgendwas zusammengebaut, Digga. So, hoch. Komm, Digga, jetzt mach mal den Kill. Ja, jetzt mach mal den Kill. So, was? Was ist los, Digga? Au, Digga, ein Sniper! Der hat nur auf mich gewartet, Alter. Das gibt's doch gar nicht, Digga. So. Weiter geht's. Jetzt mit dem Kampfmesser, Alter. Jetzt geh ich ab, Digga. Jetzt geh ich ab. Jetzt hab ich das Kampfmesser. Jetzt schlitze ich den Gegner einfach auf. Wenn er auf mich zukommt, Alter, dann schlitze ich ihn auf. Dann schlitze ich seinen Bauch auf, Alter. Das kannst du mal glauben. Komm her, Digga. Ich schlitze deinen Bauch auf, wenn du zu mir kommst. Uuup! Aua. Das wird einen Knochenbruch geben. Ja, rein da. Rein in die Höhle des Löwen. Alter. Perfect. Da vorne. Da oben ist was. Alter, perfect. Ja, Leute, das war's schon wieder von eurem B2 Gamescom auf der Playstation 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. See you later, alle Gator. Ciao. Ciao.